So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Wolfenstein. The New Colossus. Ab geht's. Aber dann nehmen wir da die natürlich. Alter, er kommt direkt da vor mir. Ah, mit Panzer brechen geht das schon. Ohne Probleme. Kann ich da einfach runter? Ja, oder? Ohne Probleme. Sehr gut. Ah, cooles Level-Design auf jeden Fall. Level-Design ist super. Ah, die halten nichts mehr aus. Also das Sturmgewehr ist schon ziemlich gut. Gut, dass ich das aufgewertet habe. Man kann immer wieder switchen. Gut, dann hier runter. Und hier rein. Oh! Hallo? Alles gut? Mit dir, ha? Und mit dir auch? Und bleib liegen, ne? Na, komm vor. So, vorsichtig. Jetzt nicht mehr rausgehen. Alter, von hinten. Immer von hinten. Alter, da werden diese Dinger hergestellt. Kannst du das nicht mitnehmen? Wieso? Jetzt hat er es mitgenommen. Drei Rüstung. Toll. Ah, drei Rüstung. Besser als nix. Nein, ich hätte gern... Das Beil hätte ich gern. Danke. Ah, mitten in den Kopf. Gut. Auf jeden Fall haben wir es. Dankeschön. Rüstung wäre geil. Rüstung wäre super jetzt. Da ist nix leider drinnen. Könnten jetzt auch nochmal da runtergehen und da schauen, ob es da was gibt. Da gibt es noch was. Sehr gut. Pistolen Muni. Nehme ich auch mit. Warum nicht? Da haben wir noch ein paar Granaden. Sehr gut. Grenades. Und du? Kann man dich kaputt machen? Nö. Anscheinend nicht. Was? Was, 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 was? Have you papers in order? Okay. Das sind diese Streifen, die wir immer kriegen. Alter. Panzer brechend natürlich. Ist er schon weg? Perfekt. Dann umswitchen wieder. Ja, natürlich. Lebst du noch? Bist du jetzt weg? Haha. Glaubst du, ich sehe dich nicht? Alter, jetzt geht es auf. Danke. Was ist das? Keine Ahnung. Okay. Das nimmst du nicht mit. Muss man da öfters drüber gehen? Oh, oh, oh. Okay. Gehen wir mal kurz darauf. So, kommst du noch mal nach vorne? Na, ich sehe ihn nicht. Ich glaube, den habe ich irgendwie erwischt. Nehme ich ja mal an. Sonst würde er, glaube ich, noch mal kommen, oder? Ah, das Level-Design ist schon cool. So, dann da oben. Und gleich da wieder eine. Dann kämpfen wir uns da gleich durch. Ah, Gott sei Dank halten die nichts aus. Und ich habe keine Leben mehr. Wir sind gleich wieder weg. Nehme ich mal stark an. Ich muss nur aufpassen. Ich gehe mal so zurück. Das war eine gute Idee. Nämlich, ich habe keine Rüstung mehr. Und mein Leben geht auch nicht weiter auf, ey. Das ist wiederum voll. Gut, da ist jetzt noch keiner. Da haben wir Rüstung. Sehr gut. Und jetzt noch Heilung. Haben wir da noch was drinnen? Da irgendwo was? Da oben? Kann ich den Sprank aufmachen? Nein, kann ich nicht. Den kann ich auch nicht aufmachen. Gut, schauen wir noch überall rein. Vielleicht ist irgendwo was versteckt. Da haben wir Heilung. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder wenigstens auf 50. Da haben wir noch ein bisschen Kevlar. 15. Sehr gut. Nochmal. Rüstung. Achso, du bist schon tot. Du stehst nur. Du bist in... In Stehen bist du gestorben. Nimm dir die Rüstung doch da mit. So, sind wir schon da? Sind wir schon beim Kontrollpunkt? Wo wir hinwollten? Da ist keiner drinnen. Aber es wird gespeichert. Wenigstens war es. Oh, sehr gut, Kevlar. Sonst noch irgendwo was da auf dem Schreibtisch? Scheint nicht so. Nichts zum Lesen für euch. Na, geh. Da haben wir nochmal Heilung. Sehr gut. Da ist nichts. Das interessiert ihn überhaupt nicht, den Pleiskovic. Okay. Okay, das müssen wir jetzt wieder wegsprengen, oder? R1, dann runter. Und zack. Okay, dann doch nicht. Ich hätte mal gedacht, dass ich das wegsprengen muss. So, Zug steuern. Haben wir sonst noch irgendetwas hier drinnen, was wir mitnehmen können? Scheint nicht so. Gut. Stopp. Da vorne wären eh die Gleise zu Ende gewesen. So, wir stehen. Da draußen sind ein paar Kameraden, habe ich gesehen. Die wieder ein paar Kugeln abkriegen wollen. Uh, das wird jetzt lustig, oder? Da vorne geht er schon. So. Das haben wir, okay. Da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Haben wir da vielleicht wieder so einen Aufwärtspunkt? Das wäre super. Für unsere Waffen. Nö. Leider nicht. Was haben wir da hinten? Ah, überall Verstecke hier und kleinere Wege und überall Gänge und sowas. Ah, ist schon gut. Uh, da. Mal die Beine ab und ab damit in den Kopf. Naja. Gut. Was haben wir da? Hm, ein Croissant. Sehr gut. So, wo ist mein großer Freund? Ein Skilltree gibt es da leider nicht, oder? In Youngblood hat es das nämlich gegeben. Oh, von hinten. Ah, die habe ich genau in die Genitalien geschossen. Tut mir leid. Ich gehe mal wieder retour. Ne, ich habe dich. Kannst bitte sterben. Danke. Danke. Da ist nix. Okay. Ich habe doch gewusst, dass da noch einer ist. Okay. Hey Mann. Sie müssen die Bombe direkt im dreckigen Nervenzentrum des Regimes platzieren. Der Generalstab befindet sich über dem Gewölbe mit dem ganzen außerirdischen Scheiß. Bewegen Sie Ihren Arsch statt. Schnellfeuer. Na, komm raus. Das gibt es ja nicht, dass ich den nicht triff. Jetzt da. Sehr gut. Geht aber langsam die Muni aus. Für mein Sturmgewehr. Das ist nicht gut. Ah, dafür haben wir das gekriegt. Rüstung nochmal. Und da haben wir ja was. Limit erreicht. Na, geh. Da haben wir ein bisschen was. Aber das ist auch wieder Pistolen-Muni. Die bringt mir nix. Da haben wir noch was. Sehr gut. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Bisschen was zum Essen für dich. Bitte, greif zu. Ketchup und Senf steht auch bereit. Sonst keine Gegner da. Das war's. Scheint so. Gut. Dann gehen wir weiter. Die brechen wir noch auf. Ah, Limit erreicht. Ja, wir sollten eh auf die andere Waffe gehen. Ah ja, genau. Warte jetzt. Maschinenpistole. Und danach hätte ich gerne die... Ja, die Shotgun. So. Falls das eine Shotgun ist, aber ich glaube schon. Gut. Da vorne müssen wir irgendwas betätigen. Das machen wir auch gleich. Mal links, mal rechts. Okay, anscheinend ist das wurscht. Ist das vielleicht, wenn man Koop spielt? Nein, 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 nein. Da ist er. Da kommt noch so ein großer. Okay. Einen Schuss habe ich noch. Hier oben kann ich das wahrscheinlich nicht aufladen, oder? Zurück zur Maschinenpistole. Ja, die Scheiße, die Waffe, die macht halt nicht so viel Schaden. Aber in der A-Kampf. Okay, passt. Okay, da kommt er wieder. Alter, Moment. Panzerbrechende Munition mal auf den Arm da. Sehr gut. Und er ist weg. Zehn Schuss habe ich noch. Uiuiuiuiuiui. Das wird lustig. Sind wir schon oben? Aber wir sind schon oben. Das ist gut. Gut. Sechs Schuss habe ich noch. Wow. Komm, steh auf. Zwei Schuss habe ich noch. Na gut, dann mit der Shotgun. Und nachladen, das geht eh schnell. Ich treffe ihn nicht mit der Shotgun. Und nachladen. Alles gut. Na. Danke. Und nachladen, alles gut. Rüstung haben wir jetzt nicht mehr so viel, leider. Ja, die ist ja... Alter, ich hätte gern... Ja, okay. Wenn ihr da reinkommt, wäre es super. Ei, ei, ei. Mir gehen die Leben flöten. Beruhig dich, Blazco. Alles ist gut. Wir bleiben einmal da. Na komm, mach einen Schritt nach links von uns aus gesehen. Und nachladen. Das geht Gott sei Dank schnell mit der Waffe. Gott sei Dank. Nachladen. Ja, mit der macht das gleich schon mal mehr Sinn, da. Komm. Da hast du eine Granate. Na, okay, gut. Die springt irgendwo hin. Haben wir's? Dann sammeln mal auf, was geht, ha? Haben wir alles? Was da liegt, da müsste... Das ist ja unglaublich, wie viele da jetzt gestorben sind. So, was haben wir da? Ich hätte gern auch ein bisschen was an Rüstung. Okay, ein bisschen was haben wir gekriegt. Machen wir mal da auf. Da haben wir das Limit erreicht. Was schaut's da hinten aus? Nun spring mal. Kriege ich das so? Ah, das ist Shotgun Muni. Macht nix. Hilft dir auch. So, jetzt ist, glaub ich, nur noch der Kommandant da. Und ich glaub, der ist da vorne um die Ecke? Nein, ich entferne mich von ihm. Nein, da ist er ja. Vollidiot. Dankeschön. Da liegt sein Arm. Okay, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Da haben wir nix. Da haben wir das Limit erreicht. Was haben wir da drinnen? Ja, das nehm ich auf jeden Fall. Gleich mal nachladen. Super. Dann haben wir da Keflas. Sehr gut. Da haben wir das Limit erreicht. Da haben wir auch nix mehr. Wie schaut's da aus? Da haben wir auch nix mehr. Wenig, wenig, wenig. Leider. Ja, okay. Besser das als nix, würde ich mal sagen. Da haben wir auch das Limit erreicht. So, wo muss ich denn hin? Gerade aus und runter. Moment, da hängt was an der Wand. Nö. Nichts, was uns interessieren würde. Ah, das nehm ich auf jeden Fall mit. Oh, schade. Limit erreicht. Da haben wir noch Heilung. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder mal unsere 50. Ja, man muss sich da nur ein bisschen umschauen. Dann hat man das eigentlich eh gleich wieder draußen, oder? So, wo muss ich denn hin? Davor? Daher. Alter. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht. Die entschärfen ihn nicht. Okay, das wird lustig. Ich geh mal geduckt. Da sind doch zwei Kommandanten. Der eine steht gleich mal da links. Das ist gut. Und den schleichen wir uns ran. Vielleicht hakt er ihm die Beine weg. Das wär cool. Na, bleib einfach da stehen. Ja, ja, ja. Milchschick trinken, ne? In dem sei es gut. Komm her da. Blöder Wichser. Ah ja, genau. Das nehmen wir auch mit, natürlich. Das ist ein Schatz, das ist ein Schatz. Aber das hat sich ja weiß. Gut, die Heilung da hinten lasse ich einmal. Die bringt mich wieder zurück auf das Maximum. Wir gehen da langsam und vorsichtig runter. Ist egal. Ich hätte nichts sagen sollen. Das ist ein Fall für unsere Pistole. Ah, jetzt geht er weg. Natürlich. Wie soll es denn noch sein? Ja, die Rüstung nimmt mit. Das ist gut. Gut, den haben wir. Jetzt gehen wir wieder retour. Vorsichtig. Alter, was war denn das? Geh weg. Rauf. Rauf. Und da rein. Alles gut. Ich hoffe, das ist kugelsicheres Glas da. Von wo schießt denn der? Ich höre nur die Maschine. Maschine. Da ist er. Da habt's. Nein! Schaut euch das an, wo die... Wo die... Wo die hinfliegt. Die... Die Gramate wollte ich sagen. So. Da kommt er. Nein, ist nicht kugelfest. Na, wo ist der Zweite? Ah. Danke. Der ist down. Was auch immer du da machst, ich weiß es nicht. Aber okay. So, die Maschinen sind auf jeden Fall mal weg. Da liegt mein Beil, was ich vorher geworfen habe. So, da sind wir auch wieder voll. Sehr gut. So, das nehmen wir uns auch mit, damit die... Elektrowaffe sich wieder auffüllt. Alter! Alle drei erwischt passt. So, machen wir mal den da da. Alter! Was war das jetzt? Oh, der hat mich ur-runter-boxt. Habt ihr das gesehen? Bumm! Zack! Alles weg. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generations... Ja, 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 ja. Das kennen wir schon. Alles ist gut. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Er wird gestützt von seinen eigenen Fuß. Oder bei ihm. Nö, die will ich nicht. Ich hätte gern das Sturmgewehr und nach dem Sturmgewehr bitte die Pistole. Danke. Das gibt's ja nicht, dass ich den nicht triff. Ah, das sind drei von denen. Okay. Okay. Jetzt frickt mich der scheiß Hund um. Alter! Ja, schwer. Schwer. So, nochmal. Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Ah, schwer. Da durchzusteelfen, glaube ich. So, die Maschine ist explodiert, aber hat noch nicht Alarm geschlagen Jetzt haben sie Alarm geschlagen Wissen sie jetzt auch schon, wo ich bin? Ne, das will ich aber nicht So, Sturmgewehr bitte wieder Und zwar mit Schnellfeuer Wissen die, wo ich bin? Ich warte hier Ich höre, dass sich irgendetwas nähert So, auf dich habe ich gewartet, mein Freund So, einen glaube ich gibt es noch Es waren immer drei Roboter, oder? So, den haben wir jetzt So, den großen haben wir auch Ja, er ruft nur Verstärkung Solange sie nicht rechts kommen Habe ich kein Problem damit Alles gut, lad nach Wo ist die Maschine? Da ist die Maschine Kannst du bitte da umgehen? Danke Lad nach, alles ist gut Ich glaube, ich habe es, oder? Diesmal habe ich es erfolgreich abgewehrt Und lass die Waffe bitte liegen Die brauchen wir nicht Da hinten ist er Ich habe dir da ein Bein weggeschossen, ne? Ich ziele immer so weit unten Und, danke So, dann nehmen wir wieder mit Und tun wir uns wieder versuchen Rauf zu pötzen So, da haben wir Heilung Da haben wir ein Okay, Limit erreicht Sehr gut Bist du schon weg? Ah, naja Ich habe ihn tatsächlich getroffen Alles schön brav mitnehmen Und jetzt tun wir da vorne noch Interagieren, oder? Damit wir noch was sehen Damit wir ein bisschen weiterkommen Da Nimm mit, was geht Sehr gut 116 Rüstung Gut Dann, bitteschön Reaktor öffnen So, wer kommt raus? Keiner Achso, nur öffnen, okay Jetzt bin ich gespannt Ob ein Boss kommt Super Spash Ich mache den Sprengkopf scharf Sie verziehen sich besser aus Roswell Bevor das Ding hochgeht Läch mich fett, Junge Ich lasse im Rathaus den Tornado-Alarm auslösen Und die ganze Stadt evakuieren Suchen Sie einen Ausgang Und verschwinden Sie Ich bin hier auch schon fast raus Wir treffen uns im Gelbsten Alles klar Das ist eine gute Position Okay Er trifft Zuerst der da Sehr gut Nachladen Alles gut Panzerbrechende Munition Ist da schon sehr gut Aufpassen Laufen Ein bisschen noch weg Alter, geht down Geht ja Wuii Aber nicht ich Nicht ich Nicht ich Ich weiß nicht wohin Alter Wo bin ich denn da jetzt runtergefallen? Na geh Ich hätte so schön beenden können Na gut Ein bisschen Zeit haben wir ja noch Eineinhalb Minuten Muss ich gegen den jetzt nochmal kämpfen? Ich habe ihn doch zerstört Kannst du Schwierigkeitsgrad Ja gut So oft bin ich jetzt auch nicht gestorben Dass ich den Schwierigkeitsgrad da ändere So So Wenn sie in der Nähe sind Auf jeden Fall das So Da kommt er raus Dann gehen wir es an Ich bleib mal hinten Der Große macht mir jetzt weniger Sorgen Eher der Große Äh Der Große macht mir eher weniger Sorgen Eher die Kleinen Alter 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 Steh auf Geh down Geh down Ich habe doch eh Ein panzerbrechende Muni Steh auf Alles gut Ich habe ihn Sehr gut So Wo bin ich da runtergefallen? Ah da runter Okay Ich hätte mir gedacht Dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe Melden Sie sich bei Ihrem Rettungsfahrzeug Nimm mit was geht Nimm mit was geht Okay es geht aber hier weiter Das heißt ich beende hier den Part Haben wir den Großen doch noch geschafft Dann sind wir noch ein bisschen weitergekommen Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zusehen Macht das gut Tschüss Papa Euer Herzfehler